Servus Leute, Powerpyram statt. Heute haben wir mal die Moskito von Klasek für euch. Ist eine Neuheit von 2017 und ich würde sagen, zübt mir es einmal viel Spaß. Und dann wird das gute Ding auch mal mit Backsteinen hier schön befestigt. Weil wir hatten schon erst auch die Erfahrung bei den Batterien, dass sie umgefallen sind. Genau, als wir in Tschechien waren auch. Ja, kein Kommentar. Jawohl Leute, also für den Preis war es relativ günstig. Preis schreib ich euch in die Kommentare. War echt cool. War auch eine Vielfalt an den verschiedenen Effekten. Und wenn ihr es bekommen könnt, kauft es euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.